Wer hat mich denn gestern um drei Uhr wieder mit der ganzen Arbeit alleine gelassen haben? Thomas, du hast recht. Du bist doch selber schuld, wenn du dich hier so viel machst. Brigitte, Chef, Büro, immer dieselbe Lange. Ihr Liebesleben interessiert mich hier. Das ist jetzt nicht der Ernst. Wo ist der Bericht? Ich habe mir doch gleich gedacht, dass du das nicht schaffst. Du hast einfach nicht den Nötigen Biss für diese Position.